Lass uns mal Ben gucken, Chat. Oh, Ben hat uns wieder hochgeladen auch sogar. Good Twitch Germany Content Rentner Rare. Lass uns mal reingehen, lass uns mal wieder versuchen, Chat. Ey, Ben hat sein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für alle Streamer, macht eure Facecam hier unten rechts hin. Für Basti, mach einfach so wie immer. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community-Discord, Linken ist unter der Beschreibung, oder über meinen Twitter, at MoinMinderBen. Und ja, enjoy. Enjoy. Ich muss die Facecam unten rechts machen, hoppala. So, ein Follows kommt nach da oben. So, wie es sich aufgezählt hat, war es immer so confident. Ron Weasley, Dan Weasley, Hermine Granger. Ich glaube, ich könnte nicht mal 10 auf 10. Versuch mal, wie weit du kommst. Okay, Harry Potter, Ron Stoppable. Ron Stoppable, let's go. Stabra, what are you doing? Paris fahren wollte und dann nur mit einem vorbei. Wo fahrt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? Ich hab doch nichts. Zeig mal. Quasi dasselbe. Quasi dasselbe. Alter, warum sterben die alle instant? Jungs, wir müssen doch einfach besser spiel... Vielleicht... ...sagen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür gerade echt nicht so gut aussieht. ...ja, das könnte ein Argument sein, ne? Hey, was ist das? Was hat der gecraftet? Oh, ich hab noch auf 1,25 Geschwindigkeit, seh ich gerade. Hoppala. Ich hab dich letztens auf der Theaterstraße gesehen, hattest aber Kopfhörer an und mich nicht gehört. Ja, äh, hau mir einfach ins Gesicht nächstes Mal, dann hör ich dich. Ahahaha. Let's go. Chat, wir sind wieder fame, fame, fame. Wir sind wieder in Completion drin. Den hab ich nicht gerallt. Die Rhymes sind so wild wie die Brets von deinen Mets, jetzt suppt alle bei Huber oder weh, du den Twitch Prime ist kostenlos. Klatsch, 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 wenn du Kinder von uns auf deinem PC hast. Oh, der war heavy. Oh. Oh, 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 oh. Auf seinem Rücken? Der kommt zurück, der kommt zurück. Hallo, hallo! Digga, er fällt weiter zurück, ist der dumm? Ja, nee, nee, okay, ja, der, Bro. Yo, hallo! Digga, du bist, ist der dumm, Alter? Bruder, er kommt immer weiter zurück, ist der dumm? Digga, das war kurz richtig brenzlig, Alter. Bro, das war, no jokes. Bruder. Ah! Du ekelhafter Hundesohn! Max sich ausgedacht hat? Oh, da bin ich schon wieder. Oh, was ist heute los jetzt, Chat? Also, for real jetzt. Die ist, also, die ist einfach offen und nett. Ja, wir haben wirklich nur gequatscht, Chat. Chat, wir waren bei einem Dreh. Wir waren bei einem Dreh, wir haben nur gequatscht. Aber nicht so ein Dreh! Nein, 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 ich war mit Shane nicht bei so einem Dreh. Ich war wirklich mit Shane nicht bei so einem Dreh, Chat. Wir waren alle angezogen. Nein, 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 nein Keine Ahnung was mich erwartet Oh mein Gott hab ich nicht erschraubt Okay was immer grade da passiert ist Digger fuck dir ab Digger ich muss hier weg Du bist so schlecht Du bist ein kleiner Nutzen so und ich hoffe du versagst in der Schule du Bastard Oha Frech Come on we won Come on we won Ich bin gerade auf. Wir waren alle angezogen, Titel deines Sextapes. Oh, da guckt jemand Brooklyn Nine. Sends. Ich auch nicht gewastet. Ha! Michael Bull, oh nein! Oh mein Gott, dass ich hier überall Tücher hab, dass ich das wegmachen kann. Ja, dafür sind die Tücher da, Revy. Ich am Arbeitsplatz das machen, nur Perverse und ich. Ja, er hat's geschafft. We did it! Also mein Plan für Essen ist aktuell so, wir bannen uns erst mal auf die Autos. Oh, da tut weh, Digga, da tut weh. Das war so gut. So geil, da ist es, guckt euch an. Stark, 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 stark. Goal, wir spielen Rentner Goal. Verdammt der Scheiße, Digga. Und das Person ist surfworn. Was ist das? Oha, was? Oha, was hat Fabo gesagt? Unto this person's surfboard. Was ist das? Vogel? Ein Vogel. Klar, man kann mich auch so sehen. Wow, oh mein Gott, mein Nippel, oh mein Gott. Charla wird stehen bleiben. Wenn nicht, dann nicht. Oh mein Gott. Aua. Das Headset hier. Oh mein Fuß. Aua. Cushion, Dio, Dio. Oh. Hahaha, starker Move. Oh, mein Fuß ist eingeschaut. Cushion, Dio, Dio. Starker Move, starker Move, Toni. Ihr schickt mir Pakete mit diesem Scheiß nach Hause? Hat er schon gesehen. Da ist nur ein Kissen drin, wo f... Ja, da ist der Weg. Super. Was brauchst du? Du brauchst ein Papier? Ja, ein Papier. Ich bring dir was. Okay. Dankeschön. Oh. Oh. Beee. 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 Die hat in der Nase gepult. Beee. Das war Beee. Willst du mal was sehen? Guck mal. Ja. Ey Tarek, du bist manchmal so ein Holzkopf, ne? Du bist deutschlandweit Mord, aber du bist so blöd, Digga, du bist so dumm. Ey, in deinem Gehirn fehlt dein Gehirninhalt oder so. Kein Plan, was in deinem Gehirn drin ist, aus irgendwelchen Därme oder sowas. Weiß doch nicht, Mann. Heiko hat nicht gewarbt, war Heiko hat verloren. Heiko... Oh Gott, okay. Oh, 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 oh. Ich höre auf. Okay. 100 Jahre alt und immer noch der Beste in jeder Lobby. Perfekt. Mein Freund Yannick hat heute geboostert, kannst du ihn bitte gratulieren? Nein. Oh, sad, Yannick. Oh, ein Bär. Kommst du bitte schnell? Ich komme jetzt schnell. Ach, ich weiß, ich weiß, Ju, ich weiß, Ju. Umbringen? Ich sehe den, ich sehe ihn. Aber ich muss diese Honigwabe erst nehmen. Hm, ach, das finden Sie auch Bären wegen der Honigwabe. Perfekt. Einmal screenshotten. Ist das Sascha? Ich dachte, ich soll meine Facecam noch unten rechts tun, Bruder. Einmal screenshotten. Ist das Sascha? Da ist auch ein guter Clip. Da ist aber auch ein guter Clip. Da ist aber auch ein guter Clip, Digger. Oh, das ist besser. Das ist ja passiert. Gerade 1.300 Zuschauer. Leute. Wiehe Lukas kommt jetzt und hackt mich oder sowas. Ich raste komplett aus. Ich habe noch 63. Perfekt. einen anboss wir brauchen einen anboss wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen einen anboss hebel lassen sich nicht schneller mit ab mit ihnen abbauen wie oft bin ich in diesem video heute drin oha 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 runtergeladen hab sogar schon gespielt aber ich bin ein noob egal scheiß drauf wir ficken trotzdem also in game also also gut gut tim german content ja 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 gut tim german content ich kann ja momentan nicht mal diesen blog jetzt hier hoch springen oder ne wobei wir sparen uns das ganze ich glaube schon doch ich glaube schon bist du schon gesprungen warum bist du schon gesprungen ja weil ich vorhin fixlack machen wollte mein kumpel kann backflip wenn ich jetzt zwei blöcke hoch fliegen wenn ich springe was kriege ich fall der match outplayed alter hula hoop lehrer das ist keiner kein so absurd dann muss man auch ein bisschen aufpassen ich kann mir immer noch nicht vorstellen dass leute nicht überhoben können man nehme ich habe nicht gesehen da lag gar nichts man nehme sich einen lobe reifen und man mache einfach nur eine sexbewegung und zwar diese vor zurück vor zurück vor zurück und man macht wieder hoch und wir können auch die geschwindigkeit erhöhen es wird aber ein bisschen weh ich verstehe es immer nicht ich verstehe es immer noch nicht das packe ich für die direction besser raus weil ich glaube es ist geclaimed vielen dank fürs zuschauen war eine kleine aber feine runde ja ich hatte wirklich glück mit den mit den sachen ich hatte von anfang ein eisenschwert und das ist gut ist gut auf jeden fall deswegen abonniert auch gerne hier den kanal weil wir sind bald auf 100.000 momenten das würde mich sehr freuen wenn wir bald auf 100.000 sind dann habe ich nämlich einen weiteren play button und vielleicht ganz vielleicht gebe ich dann auch zu sein nickelodeon award wieder zurück chat hier nickelodeon award für julien bam aber ich gebe es nur vielleicht zurück mal gucken ich muss mal gucken ja vielen dank an alle die noch um diese späte uhrzeit mitgekämpft haben voll nett von euch und ihr könnt ja in die kommentare schreiben falls ihr die folge gesehen habt bis zum nächsten mal tschüss das war ein cooles video wenn du bekommst ein like von mir für dieses video es hat mir sehr gefallen ja wie schon gesagt drückt hier gerne auf abonnieren auf dem kanal würde mich sehr sehr freuen haut rein und tschüssi bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal